jetzt habt ihr mal hatte den aspect schon gemacht direkt mich das war voll unbeilig das sah cool aus der hat auch ein schwanz da hier ist sogar genauso geformt ja ob das nicht so nah ist ich mache schon mich trifft hat irgendwie gar nicht etwas nicht so heftig wie dich irgendwie will hat mich der hat jetzt der hat jetzt genau mit seinem schwanz da kommt wieder rausgesprungen er hat jetzt genau mit seinem schwanz auf die mine draufgehauen leider neben ich werde die ganze zeit getroffen das heißt gefroren musste mehr an das ding ran ich kann mich an ihr vorbei so breit bin ich nun aber nicht und da haben wir die schwanzplatte dank mir weil es da noch rausgefallen immun gegen brennen ja ich auch gerade ja das ist nur dass du nicht den brand status kriegst du vollidot du kannst immer noch schaden durch feuer kriegen ja mitten in die mine das hat sich genau geplant das war sogar geplant ich wusste dass er schon wieder diese scheiße macht dass er das jetzt noch mal da habe ich am brennen ja das ist ein angriff da hier ganz ruhig da ist nicht von uns fabriziert ich habe kein trinkpäckchen mehr wird dir eins von mann geben wenn ich könnte jetzt soweit es ist tot oh gott oh gott mein kopf hat auch gesehen gut ja ich hatte meinen arm hinter meinem rücken dann hier war der den mir drin oder so auch gott ich kann nicht aufstehen ich auch nicht weißt du was da kann ich auch jetzt nicht gedacht warum okay das hat sich ganz schön verbessert dann hier du kuhn ich glaube ich habe ich habe luftschlag eingesetzt aber ich habe ich habe irgendwie der ziel falsch gesetzt jemand scheint aber irgendwie noch einmal davon getroffen zu werden jetzt macht das echte scheiß angewählte scheiß stacheln auf dem boden sind dann nur ganz knapp ausgewichen der kampf der ist ganz schön anstrengend habe ich so das gefühl kommt mir nur mir dazu vor ja hier wächst der eben kommt er den mal auf mich zu und rollen meine schuld eismäne auch gott der macht wieder sein baby ich werde eine gute methode gefunden habe meine waffen weggesteckt und bin auf brand modus rennen modus gegangen aber weiß was dann gekommen ist da kam hier hinter schon wieder so ein scheiß stachel auf den boden hat die stadt getroffen ja ich hoffe es hat weh getan nein aber das nervt er hat sich was wird hat mich ein bisschen zu spät ich bin am rennen ja ich glaube nicht dass ich dich da wiederbelebt kaputt zu schießen 95% weiß nicht mehr was das bedeutet aber ja da hat uns die zeit praktisch davon läuft läuft aber ich mache einen schaden geil verpiss dich er hat die kaputt gemacht das ist das misty ich muss jetzt spagetti essen kämpfen wir mal ein bisschen vorsichtig ja okay bei blabblad weg rennen wir können waffe weg waffe weg du kannst dich sehen wenn der die scheiß steckende einsetzte oder jetzt in meiner eisemina reingeholt das hat ja einmal die lanterne hat ja mal zwei fähigkeiten ja falls dann erstes ich kriege irgendwie für sechs sekunden mehr schaden wenn ich das gedrückt halte halte kommt der blick praktisch ja ich komme ich auf dieser attacke raus ich kann raus immer noch die anziehung hatte ich kommt wenn ich mal aufstehen würde lass mich wieder am leben kollege danke ich habe wieder fast voller energie habe ich mal aufstehen danke das schild wird er schon wieder wütend ich bin weg ich bin hier oben ich komme schon statt einfach da oben auf der klippe wieso sie kommt denn die spitze weißt du hättest auf den zu der schießt seine spitze auf den boden gegen mich hier sind auch da oben aufgetaucht da war irgendwie ziemlich laut er verpisst dich ist gut er ist weg naja du dich mal also ich habe noch vier tränkpäckchen ich auch gut hier geblieben bei welt wenn schon weg na so wird gleich eine halbe ewigkeit am boden liegen und wird davon nicht getroffen also okay und schon sagen warum ja ich gehe doch nicht aus dem feuer raus er tut ja ok ich habe mich runter gezogen du besser wegen die haben wir nur ein d du bist der schande für die ganze schläger gemeinde scherz das war echt anstrengend dabei wurde ich doch gar nicht so oft getroffen amfang irgendwie wurde ich gar nicht getroffen man sollte irgendwie meinen dass du den meisten schaden von uns macht hier Untertitelung. BR 2018